Ein Pfadfinder macht glaube ich aus, dass er relativ divers ist. Also am Anfang folgt er dem Pfad und am Ende sucht er den Pfad wahrscheinlich selber. Ein Pfadfinder ist jemand, der seinen Weg findet, obwohl er am Anfang nicht weiß, wo es hingeht. Und der Finder ist vielleicht jemand, der eine Hilfestellung gibt, diesen Pfad zu betreten und ihn aber auch wieder, wenn es nötig ist, zu verlassen. Ich habe meinen Pfad relativ spät eigentlich erst gefunden. Ich glaube, ich bin immer noch auf der Suche nach meinem Pfad. Es gibt so viele schöne Dinge, die du machen könntest, rein theoretisch. Die Uni Wittenherdecke ist jetzt das richtige Umfeld. Zumindest kriegen wir hier die Rahmenbedingungen, um das zu schaffen. Super, find's genial. Ja, arbeiten kann jeder, einen Karriereweg folgen kann auch jeder. Aber einfach mal aus diesen Strukturen, aus den vorgehenden Pfaden auszubrechen, das zeichnet jemanden aus, glaube ich. Und ja, deswegen bin ich auch stolz drauf und bin froh, dass ich es gemacht habe und mich getraut habe. Das ist es, glaube ich. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Untertitelung des ZDF, 2020